Der Wind, der hat gerade da lang gegriffen. Wollen wir hier lang? Jetzt bin ich irgendwo hier lang. Da ist er. Da ist er. Pferde, sie kommen uns holen. Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, du hast es geschafft. Wurde die verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben's geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Isuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und schlafen. Bei einem davon kann ich helfen. Taka? Ihr seid so still? Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dach! Die Schützenabstieg. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Taka, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heilen, nach Kumatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Kumatsos Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin. Danke. Der gebrochene Spiel. Der letzte Teil haben wir wohl erledigt. Wie ein Technikum kommt. Er hat schon mal ein Problem. Deine Legende wächst. Die Hoffnung der Menschen. So. Mit RP. Haftbombe. Windglocke. Das ist ein Sinnvoller. Ich hätte ja irgendwie Bock auf diese hier. Wir nehmen die. Weihrauch vermischt mit Schwarzpulver erzeugt dicken Qualm. So blende ich meine Feinde. Blendener Staub. Oh ja. Zwei in Folge? Sicherlich. Weitreichendes Gehör. Das brauche ich auch. Das sind zu viele. Ich muss schneller sein. Den nächsten töten, wenn der erste blutet. Genau. Zack. Und gleich auf den nächsten. Sehr schön. So. In der Ausrüstung. Waffen und Munition. Ja, wir brauchen erstmal wieder Waffen. Ja, den Stahl. Da müssen wir ihn zur Brucht bringen. Schnellfeuerwaffen wechseln. Halte RT gedrückt und wechsel mit Dings deiner Geistwaffe. Drei Geschichten aktualisiert. Für Details gedrückt halten. So, Hammer und Schmiedefeuer. Reise zur Stadt Kamatsus Schmiede. Dann die Geschichte vom Fürsten. Und Blut im Gras. Aber warum sagt er drei? Achso. Eine offene Rechnung. Ich konnte Taka aus der Asama-Bucht befreien. Aber andere werden festgehalten. Die werden nicht ruhen, ehe ich ihnen geholfen habe. Okay. Diener des Volkes. Kenji-Geschichte. Das Gerv zieht hier aus, als hätte es einiges mitgemacht. Ich sollte nachsehen, ob es den Wohnern gut geht. Ich bin ganz ehrlich. Hammer und Schmiedefeuer. Das ist jetzt das, was ich als erstes mal will, weil ich will meine Waffe endlich machen. Ich glaube nicht, dass ich da runterspringen kann, ne? Das ist nicht erst erst ins Creed. Schade. Das ist jetzt echt erst mal hier runter. Und da lang. Das regnet mal. Das ist ja unglaublich. Das ist das, was wir hier haben. Das ist das, was wir hier haben. Oh, das ist hier schon wieder, äh... Werfentechnik. Ey, ich... Das ist die Technik hier. Das ist das, was wir hier haben. Und den? Hm? Ich brauche unbedingt bessere Waffen, Alter. Ich brauche unbedingt bessere Waffen, Alter. Ich glaube, die haben hier komischerweise gar keinen Schaden gemacht. Das geht ja gar nicht. Drei, 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 Drei. Ich brauche ihn. Irgendwie dahin. Ich merke schon. Hier fehlen die. Wo sehe ich denn hin? Ich bin ein, zwei, drei. Ich bin ein, zwei, drei. Ich bin ein, zwei, drei. Da sind sie fünf. Sechs. Da sind sie sechs. Da sind sie sechs. Da treffe ich ja gar nichts mehr. Da treffe ich ja gar nichts mehr. Huh? 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 Alter das ist ja... Huh? 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 Oh, ich bin. Huh? Oh, come on. Geht doch. weg und weg mein alter ist ein halbes studium hier ja wir sehen Ja, okay. die noch diese stadt noch nicht eingenommen die Oh, take them back. Was ist, Beri? Oh, 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 oh. Juna, bist du das? Müssen wir hier zubehalten. Sauber. Wir müssen nicht weit entfernt sein. Dann müssen wir weg. Jetzt. Wir können die Stadt halten. Was? Wir brauchen Komatsus Schmiede. Und die Einwohner. Aber wenn du willst, dann geh. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Wie viele Überlebende gibt es? Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmiede. Nicht sehr kampferprobt. Was ist mit deinem Bruder? Er könnte keiner Fliege etwas antun. Das bleibt aber unter uns. Wieso seid ihr so verschieden? Gib mir später einen aus. Vielleicht erzähle ich's dir. Ich habe hier draußen Menschen in Sicherheit gebracht. Eine wurde hier von Mongolen gefasst. Sie lebt. Bin ich sicher? Fürs Erste sind die Mongolen weg. Wir gehen zur Schmiede. Bei uns seid ihr sicherer. Auf geht's. Funktioniert die Schmiede? Ja, aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. Das ist wahr. Fürst Sakai. Yuna. Taka. Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Yuna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burka Neda. Und ich muss ihn befreien. Leise. Sodass niemand es merkt. Hier gibt es eine Schmiede. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen. Ich werde ihn Kumatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Ich brauche meinen Gehilfen. Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ich glaube, er suchte nach seiner Frau. In der Stadt. Ich finde Yukio. Yuna. Bereit für den Kampf? Das ist sie immer.